Da muss man es schnell sein, wenn man im Aufnahmemodus ist, Leute. Und wir sind zurück mit der nächsten Folge, Folge Nummer 3 von Sounds Off in einem neuen Studio. Das haben wir extra eingerichtet. Und unser Gast ist heute die wundervolle, übertalentierte Lea. Hallo! Hallo! Dann küsse ich dich im Trappenaut, endlich wieder gehen dort. Ich halte es nicht bis oben aus, halte es nicht bis oben aus. Wir kennen uns länger, darauf gehen wir aber später nochmal ein. Erstmal nur, damit die Leute, die dich noch nicht kennen sollten, was wahrscheinlich die letzten drei Menschen des Planeten sind. Du kommst eigentlich aus Kassel, bist irgendwann zum Studieren nach Hannover gegangen, hast da wahrscheinlich parallel schon immer irgendwie Musik gemacht. Ich glaube auf YouTube auch angefangen, dass man da so die ersten Schritte von dir mitbekommen hat. Und dann irgendwann in die große, weite Welt nach Berlin. Und da warst du auch zum Sounds sammeln. Genau. Und diese Sounds nehmen wir uns jetzt gleich vor. Ich bin super gespannt. Ich habe die zwar schon auf dem Rechner liegen, aber noch in nichts reingehört. Das heißt, es ist ein großes Abenteuer, so wie immer. Und das machen wir jetzt. Jetzt sitzen wir hier an unseren Stationen. Da wäre wahrscheinlich SpaceX und die NASA stolz auf uns, wie wir das hier geregelt haben. Und wir fliegen jetzt auch in eine ganz andere Dimension mit dem, was wir jetzt hier an Sounds vorliegen haben und das, was wir daraus machen werden. Und ich bin total gespannt, was du gemacht hast. Timberland wird sie nehmen. Aber was sagt Lea? Ich glaube, erst mal nicht. Okay. Meine Begleitung heute für den Tag ist Antje Schomaker, meine sehr, sehr gute Freundin. Wir haben vom ersten Tag an so eine krasse Connection gehabt, weil wir auch in einer ähnlichen Position sind. Wir haben beide unser Solo-Projekt und Antje ist einfach eine unglaublich wunderschöne Traumfrau. Ich liebe sie. Sie ist ganz, ganz wichtig für mich. Anderer Rhythmus. Wir teilen so viel. Es ist eine unglaublich schöne Freundschaft. Und jeder sollte eine Antje Schomaker in seinem Leben haben. Oh, die mag ich. Was macht das mit dir? Warum magst du das? Ich finde, das ist treibend und trotzdem warm. Okay. Oh ja, hä? Hat das so nachgeschwommen? Das war so krass, ja. Okay. Jetzt sind wir hier und haben die Sounds schon mal vorsortiert. Das ist nämlich ganz wichtig, dass man die Ideen und die Möglichkeiten, die man hat, auf das runterbricht, was einen wirklich ganz viel bedeutet und das Herz aufgehen lässt. Das haben wir geschafft, glaube ich. Ja. Und jetzt gehen wir... Das war der Presslufthammer. Der hat mein Herz heute erobert. Presslufthammerherz. Wegen... Ja. Digi, das ist der Song. Presslufthammerherz. Von Lea. Ja. Okay, geil. Dann suchen wir einfach mal etwas, was uns rhythmisch gefällt. Wir können mal durchgucken. Der hat zu viel Hintergrund. Genau hier, Atmo Tischtennis. Das waren die Tischtennis-Dinger, die wir schon hatten. Ja, ja, ja. Ich probiere mal was mit dem. Ich mache mal so ein bisschen Freestyle hier. Und wir gucken mal erst mal, was der Loop hier ergibt. Okay. 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 Das ist nur der eine, der so ein bisschen sehr... Es ist ja auch die Frage, ob man die komplett gerade haben will. Also es ist natürlich schon so, dass man irgendwo eine rhythmische Information hat als Hörer. Genau. Aber ich finde, es muss jetzt nicht 100 Prozent... Genau, finde ich auch. Gerade sein. Deshalb mache ich jetzt mal hier sowas. Mhm. Also man könnte jetzt den schon nehmen, um sich selber so den ungefähren Rhythmus im Hintergrund zu geben. Ja. Boah, der Track wird auf jeden Fall ein krasser Drum-and-Bass-Hit, würde ich sagen. Ja. Man könnte es auch so machen und gucken, ob man den hier einfach nur weiter oben mitnimmt. Warte mal. Kann auch zu viel sein. Ist ein bisschen zu undefiniert, oder? Klingt jetzt schon arg wie eine Baustelle. Ja. Hier können wir auf jeden Fall gucken, wie viel wollen wir von dem Bass haben. Auch was für einen Bass spielen wir noch dazu? Was ist vielleicht noch eine Kick? Ja. Und danach entscheidet man nämlich, auch wenn man so drei, vier Bass-Elemente hat, welches kommt in die ganz tiefe Region, was kommt in so eine etwas hörbarere Mitte und was ist vielleicht ein bisschen weiter oben. Weiter oben wäre zum Beispiel hier. Ein bisschen tiefer wäre hier und ganz tief wäre, wenn man es ganz auflässt. Wir können auch jetzt schon anfangen mit Kicks näher und so, oder wir machen Vocal-Kram. Alles, worauf du Bock hast. Ja, vielleicht bauen wir diesen Beat noch ein ganz bisschen mehr aus. Mhm. Wir haben zum Beispiel hier die Haustür. Ja. Oh ja, die war auch krass. Stimmt. Manchmal nimmt man auch zwei Kicks übereinander. Eine für den Wumms unten, den man weniger hört, so wie das hier. Ja, genau. Weil das finde ich jetzt mehr so eine Bass-Drum, so eine richtig Tiefe. Genau. Und deshalb unterscheidet man auch manchmal einen Bass-Drum für den Bass und Kick. Für das, was einen kurzen Schlag macht, aber auch noch in den Bassigen mitten ist. Das mag ich aber. Ich finde es mega. Okay, geil. Ist ja auch jetzt hier ein Experiment und man hat ja hier die Freiheit alles zu tun. Also du jagst den Sound durch diesen synthi-artigen Effekt. Genau. Der in so 8er oder 16er Schritten was dazu fährt oder wegnimmt. Ein bisschen Flange, dass der in der Tonhöhe hoch und runter geht. Aber welchen von den Sounds hast du jetzt gerade genommen? Das ist der Presslufthammer. Ach, witzig. Der klingt ja komplett anders. Genau. Also damit können wir auch ganz viel machen. Die Sounds bleiben natürlich im Kern das, was ihr gesammelt habt. Aber dann fängt man schon an, es eigentlich in so eine Produktion zu verändern. Ja. Und du warst ja mit einer guten Freundin unterwegs. Ja, genau. Mit Antje Schomacker. Sag mal. Antje habe ich auch durch die Musik kennengelernt auf einem Konzert bei OK KID. Antje ist irgendwie oftmals dann doch einen Ticken mutiger als ich. Wir hatten eine ultralustige Situation. Wir standen vor der Haustür von dem alten Haus, wo ich gewohnt habe den einen Monat, als wir das erste Album Vakuum finalisiert haben. Und sie meinte dann, ja, okay, das ist jetzt dein altes Haus. Wollen wir mal irgendwo klingeln? Und ich war so, nee, auf gar keinen Fall, das traue ich mich nicht. Und sie so, hä, warum nicht? Du hast doch mal hier gewohnt. Ich so, ja, aber ich kenne niemanden mehr. Und sie so, ja, aber so eine zufallende Tür wäre doch ein mega cooler Sound. Okay, ich klingel hier oben. Hallo? Hallo. Wir müssten einmal kurz an die Briefkästen. Okay. Wer seid ihr denn? Wir haben hier mal gewohnt. Und wir wollen nur einmal was gucken. Dankeschön. Juhu! Sesam öffentlich, oder was? Allein so, äh, wir haben hier mal gewohnt. Ja. Willst du noch irgendeine Treppe hoch und runterlaufen? Ja. Kannst du es jetzt? Ich halte auf. Okay, jetzt gehen wir wieder. Love it! Ich stand da und ich fand es schon sehr aufregend. Du merkst, wie viel Risikobereitschaft ich in mir trage, was Mutproben angeht. Was ist das größte Publikum, vor dem du standest, so zahlmäßig? Also meinst du jetzt so festivalmäßig? Egal, völlig die größte Zahl an kleinen Köpfen. Okay, 30.000. 30.000. Ja. Und das, und wahrscheinlich war das so auf der Bühne zu stehen, warst du so nach 30 Sekunden eingegroovt und das in der Tür war so zwei Minuten lang so scheiße, nein, oh Gott, warum? Wir können nicht klingeln. Wir haben ja wirklich so eine Minute diskutiert, ob wir es machen sollen oder nicht. Okay, wir sind unterschiedlich. Für mich ist rhythmisch eigentlich alles da. Du kannst auch immer sagen, ja, es war interessant, aber klingt scheiße oder will ich nicht? Nee, gar nicht. Ich finde es mega spannend. Super. Und jetzt ist die Frage, was würdest du als nächstes machen? Vielleicht schon irgendwie einfach mal mit Gesang was ein bisschen ausprobieren. Okay, dass du auch so Chormäßig was probierst vielleicht? Ja. Ich kann dir schon mal, also ich habe dann so vorbereitete Vocal-Ketten, da tue ich jetzt mal ein, zwei Sachen drauf, damit das gleich schon mal ein bisschen schöner klingt, ein bisschen Delay und Heil hat. Deine eng ist gleiche Stimmung. Und lass doch mal checken. Dazu passt Klavier, oder? Ja, lass mal das Klavier checken. Ich lasse es einfach mal ein bisschen laufen. Oder willst du erst mal checken? Nee, gerne. Laufen lassen. Welcher Loop gefällt dir besser? Oh, 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 Ahhh, Ah, 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 Ah,ah, Ah, 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 Ah. Wenn du vom ersten in den zweiten gehst, hast du das zu doll. Zu viel Bewegung. Ist schon viel. Ich finde generell den ersten besser, weil der ist mehr bei der einen Sache, aber vielleicht in der Wiederholung die zweite Hälfte von dem Alternativen oder irgendwie eine andere Wendung reinnehmen. Okay, geil. Soll ich mal aufnehmen? Ja, lass mal mit Kopfhörer machen, weil das jetzt der Moment genau. Du hast sie da. Ich kann mal einen Durchlauf komplett nur legen, weil der Rhythmus natürlich schon viel macht. Ich könnte halt immer so, den hab ich eh überlegt, den letzten eher hochspielen, statt. Ah ja, okay. Der grummelt so, oder? Ja, das ist gut. Okay. Ich glaube, Musik ist einfach ein Medium, was ganz, ganz, ganz krass verbinden kann. Also Menschen miteinander verbinden kann, aber auch den Einzelnen mit der Musik. Ich habe Sonderpädagogik und Musik studiert in Hannover und da habe ich auch viel mit Kindern und Jugendlichen in Schulen gearbeitet, eben mit Songs und gemeinsam Musik machen. Und Kinder, die teilweise wirklich auf nichts reagiert haben oder teilweise autistische Kinder. Wenn wir dann irgendwie zusammen Rihanna gesungen haben und Beyonce und so weiter, das haben die wirklich aufgemacht, haben irgendwie aus tiefstem Herzen gesungen, das war so berührend. Du hast in Hannover, glaube ich, auch in so einem Café oder einer Bar gespielt. Benni habe ich so 2015 kennengelernt ungefähr und dann sind wir in Hannover, mein Kumpel, der spielt Gitarre und durch den habe ich dieses Auf-Hut-Spielen in Bars und Kneipen so gelernt. Und dann sind wir echt von Bar zu Bar gezogen in Hannover und teilweise, also ich habe wirklich in der Zeit wirklich so viel dazu gelernt, diese Bühnenpräsenz und sich trauen, weil du gehst wo rein, du bist nicht angekündigt. Du hast auch kein, wir hatten auch keinen Bock irgendwie eine Woche vorher das zu planen. Aber das hast du nicht getraut, weil dein Kumpel dabei war? Ja. Also du warst irgendwann routinierter darin, irgendwie in eine Bar zu gehen, zu dem Typen hinterm Tränen zu sagen, ey, wir würden hier gerne mal so Mieten legen und ein bisschen spielen und da hast du, also das war irgendwie so natürlicher für dich als irgendwo zu klingeln oder so. Ey, das wäre bei mir genau andersrum. Lustig, ja. Teilweise kam es richtig gut an und wir hatten so die überschönen Abende irgendwie, so wo wir irgendwann nur noch einen Weißwein nach einem anderen getrunken haben, weißt du, und so komplett versackt sind in der ersten Bar schon oder so, kam schon vor. Voll schön. Und manchmal wollte einen so keiner hören und es war so richtig so eiskalt, alle haben so übermäßig laut gelabert und so weiter, haben wir richtig hart wegignoriert und man war so, okay, wieder eine Erfahrung, es war wirklich so Erfahrung sammeln. Ich habe dich ja kennengelernt, da war die Musik in meiner Wahrnehmung, korrigiere mich, wenn es falsch ist. Aber so ein bisschen mehr Left-Field, nicht so Mainstreamig, haben dann Leute, die Vakuum total geil fanden, geschrieben, hä, wo sind die Atmosphären, wo ist das, wo ist die Überraschung? Das sind ja jetzt relativ klare Popsongs. Ich weiß, dass zum Beispiel viele Leute von YouTube, die mich noch von YouTube kennen, von ganz früher, immer oft gesagt haben so, oh, wir wollen die Piano-Version zurück. Das haben sie aber auch schon bei den Vakuum-Songs gesagt. Also die wollen dann wirklich mich am Klavier, wie als ich 15 war und da am Klavier saß, so ne? Schaut euch Mut dieser Wilder, es ist so komisch. Leben genießen gibt es nicht mehr, weiß nicht was los ist. Ich glaube, so viele kannten mich auch bei meinem Vakuum-Album noch gar nicht. Viele haben mich halt erst durch Leiser kennengelernt. Ah, okay, stimmt. Und die haben erst dann eben Vakuum entdeckt, sozusagen andersrum im Prinzip. Da gab es kein Aha-Moment oder irgendwas, wo du sagst ... Also ich habe mir insgesamt früher, als ich Vakuum geschrieben habe und auch aufgenommen habe und so, immer komplett eingeredet, ich sei mega Indie. So. Und das war ganz wichtig für mich. Ich wollte unbedingt ultra Indie sein. Aber war es nicht. Wenn du dir meinen allerersten YouTube-Song anhörst, den ich mit 15 geschrieben habe, wo ist die Liebe hin? Ultra-poppig. Mega-Pop-Akkorde, Pop-Melodie, da ist nichts Indie so von dem, was ich immer sein wollte. Ich glaube, ich habe mich nie so getraut, das auszusprechen, weil Pop halt auch so verpönt war. Aber auch einfach, weil es nicht geil definiert war. So, wenn du halt geilen Deutschpop machst, ist doch mega. Voll, na klar. Hauptsache, du kannst dahinter stehen. Schöner Pre. Auch mit, dass die Drums weggehen. Ja, auch geil. Ich habe nur mal erst schnell irgendwas gemacht. Ja. Nee, ist gut. Und jetzt Hook. Aber wir haben jetzt schon super viel. Also wenn wir jetzt Songwriting machen würden, dann würde ich auch noch ein bisschen machen. Wäre das jetzt quasi schon eine gute Grundlage, um irgendwas textmäßig zu machen. Ja. Ich hatte jetzt zum Beispiel vorne die Line, aber auch nur, weil es zu der Fahrradklingel gepasst hat. Von wegen Fahrradklingel klauen. Du fährst los, ich spring hinten rauf. Dass du quasi die Unterschiede zwischen dir und Antje beschreibst. Weißt du? Also sie macht es einfach und du bist so, hä, warum hast du das? Hä, scheiße. Ja komm, los. Muss ja jetzt nicht Clown Clown sein, aber schon so ein bisschen Kavaliersdelikt. Ja, in Kreuzberg ist es normal. Man nimmt und gibt das, was man braucht. Wäre natürlich geil, wenn es so vom Thema her passt, ne? Also wenn es so... Genau, einfach so das ein bisschen beschreiben. Die Situation und das Gefühl. Ja. Fahrradklingel klauen. Jetzt los, ich springe rauf. Geil. Haben wir hier irgendwas zum Schreiben oder wo schreiben wir es rein? Du fährst weg oder was? Du fährst los, ich spring rauf. Du fährst los, ich spring rauf. Presslufthammer im Regen. Aber wir können genau sowas die ganze Zeit nur diese ganzen Begriffe reinbringen jetzt. Presslufthammer im Regen. Ich lass einfach mal die Strophe ein bisschen laufen. Ja. Und dann können wir uns davon inspirieren lassen. Ja. Fahrradklingel klauen. Und es ist los. Ich bin rauf. Presslufthammer im Regen. Presslufthammer ist ein schwieriges, auszusprechendes Wort auf den Beat. Aber ich hatte dieses, ich hatte das so. Presslufthammer im Regen. Den kannst du ja ein bisschen ziehen. Ja. Ja. Ich finde es schön, so ein Freundinnen-Ding. So bin froh, dass du da bist oder so. Weißt du so? Ja. Dass man sich so kennengelernt hat. Voll. Damals bei Okay Kid, wo alles anfing. Irgendwie sowas. Weißt du so diese, wirklich so Ante, so meine Story. Und dann vielleicht, ich stell mir jetzt vor, okay, ihr haut ab. Fahrt an so einer Baustelle vorbei. Da kommt der Presslufthammer. Da kommt der Presslufthammer. Vielleicht ein bisschen kitschig, aber lachen um unser Leben. Statt so wegzulaufen. Unser Leben. Lieb ich. Richtig schön. Ja? Ja. Und beim ersten Album habe ich mich wirklich in das Wohnzimmer mehr oder weniger eingesperrt. Meine Family in Kassel durfte nicht reinkommen. Und ich habe manchmal fünf Stunden am Stück das Wohnzimmer blockiert und so weiter. Die haben das immer zugelassen, was ganz schön ist. So. Das war echt immer eine große Unterstützung. Und das hat sich ein bisschen verändert jetzt in der letzten Zeit, in den letzten beiden Alben hinzu, dass ich gelernt habe, wie es sich anfühlt, auch im Team zu schreiben. Und ich habe so wundervolle Songwriter auf meinem Weg kennengelernt, mit denen ich einfach so viel schreibe und die meine Gedanken irgendwie total gut aussprechen können. Weil, wenn irgendwie zwei oder drei Gehirne arbeiten und denken und sich Sachen zuspielen, das ist so bereichernd und macht so viel Spaß. Da, 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 da. Genau. Ein schnell, ein kurz. Jetzt irgendwas vielleicht, irgendwas so tiefgründiges. So, weißt du? So, ich kann dir... Alles ansatzbar? Ja, sowas in der Richtung. Ich dachte gerade, eine Säbe zu viel. Aber so dieses... Ich kann dir alles... Ich kann dir alles anvertrauen. Ähm... Warte ich mal nochmal hier an. Das sind die ersten. Oder geil ist auch... Sind die... Sind die... Sind die Besten... Sind die Besten im Reden und die Letzten am Tresen. So, als ob das so ein... Wie so... Letzter Platz wäre. Gar nicht die... Weißt du, das Wortspiel zu nehmen. Ja. Sind die... Sind die Besten darin, aber die Letzten darin. Ja. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Ja. Wir machen einfach Freestyle. So ist das, Leute. Ja, ja, ja. Unter Zeitdruck. Ich mein, wir... Wir schreiben jetzt hier nicht drei Wochen an einem Song. Du bist ja im Prinzip der Mensch, mit dem ich zum ersten... Mal dann für mich... War das das erste Mal? Äh... Zusammengeschrieben hab, ja. Krass. Okay, was die Leute... Nicht wissen können. Ähm... Lea und ich haben für das erste Album einen Song... Es war auch nur der Song. Nur einen Song. Uns trägt es wir, uns trägt es wir. Auch dass wir uns niemals mehr verlieren. Ja. Wir konnten bei uns... Es war im Funkhaus in Berlin, so das größte... Der größte Studiokomplex der Welt. Da ist der Song entstanden. Wir hatten so ein Vordach. Und genau unter uns war ja Paul Kalkbrenner zu der Zeit. Ja. In dem Studio. Ich hab mir manchmal sein WLAN gemopst. Und so ist es entstanden. Aber ich wusste nicht, dass es... Der Song hieß Dach. Wir haben ja auch auf dem Dach dann ab und zu irgendwie gechillt. Und warten in der Sonne. Ja. Wir haben den im Prinzip auf dem Dach geschrieben. Der muss vielleicht auch nur ganz... Der kann auch halb so lang sein. Dachte ich auch. Es ist so toll mit Profis zu arbeiten. Hallo. Geil. Wir haben noch 10 Minuten für alles. Ich hab schon schlimmere Sessions gehabt. Also... Kein Stress. Ich find das gerade sehr effektiv. So auf Zeitdruck. Machen wir über Kopfhörer wieder. Fahrradklingel clown. Du fährst los, ich spring auf. Was würdest du der Lea von vor 5 Jahren so sagen, mitgeben? Irgendwas, was du gelernt hast? Ich glaube, ich würde ihr sagen, dass sie einfach auf sich selbst vertrauen soll. Am Anfang ist man immer so unsicher, weil man nicht weiß, wo man hingehört und wer man ist und wie man klingt und so weiter. Bis ich begriffen hab, dass ich einfach so klingen muss, wie ich klinge und wie meine Songs klingen, sind so viele Jahre vergangen. Aber vorher war ich immer noch so... An wem orientier ich mich und ich muss so sein wie jemand anders und so weiter. Da fehlt aber ein Satz gefühlt, oder? Ich mag sowas wie L und A oder sowas. Dass man so die Initialien benutzt, weißt du? Ich schreie es in die Nacht. Da muss man schnell sein, wenn man im Aufnahmemodus ist, Leute. Da muss man wirklich... Zack, Zack! Ich schreie es in die Nacht. Für immer hell und da. Genau, perfekt. Bleib mittelwach. Warum haben wir eigentlich so lange keinen Song mehr geschrieben? Frage ich mich gerade. Siehst du? Heute... Heute ist es soweit. Heute ist es soweit. Da fällts uns auf. Mega krass! Wow! Was wir hier... Ne, es ist wirklich kein Scherz. Das man... Wow! Okay, meint ihr es ironisch oder was? Nein, ich mein es wirklich ernst. Ja. Dass man sowas hinschreibt. Am wichtigsten ist eh, dass man es fühlt. Ich finde, das haben wir irgendwie geschafft. Und ich finde auch geil, dass wir die Sounds genommen haben. Und den Song zu der Freundschaft mit so ungefähr der Atmosphäre und den Gegenständen und alles so ein bisschen haben zusammenfassen können, worüber wir auch geredet haben. Woher ihr beide euch kennt, mit der Mood, mit der Angst. Ja. Das finde ich ganz schön crazy. Ja. So mit Zeitdruck und allem drum und dran. Finde ich, wie auch immer wir es morgen finden werden, du hast es mega gesungen, du hast super Sounds gesammelt. Und jetzt zeigen wir das einmal Antje und gucken mal, ob sie das vielleicht sogar richtig scheiße findet. Bis gleich. Uns ist jetzt zugeschaltet über das weltweite Netz. Die wundervolle, auch wundervolle, ich habe nur mit wundervollen Menschen zu tun. Das ist toll an diesem Beruf. Antje Schomacker. Hallo. Vielen Dank fürs Zuschalten. Vielen Dank fürs Soundsammeln. Ohne dich hätten wir dieses Ergebnis niemals so hinbekommen. Wirklich? Ihr beide habt einen mega Job gemacht, wirklich. Ist die Türklingel, ist der Türöffner drin? Ja, der Türöffner ist drin, der Presslufthammer ist drin. Geil. Der Leerlauf der Kette ist drin, das ist ein Percussion-Element, die Tischtennis-Pingpong-Geschichte ist drin. Und dann, äh, pff, mega viel, ich kann es nicht machen. Es sind nur Sounds, also bis auf ein Instrument, was offensichtlich ist, wenn du es hörst. Und Leas Stimme ist alles nur das, was ihr gesammelt habt, um sozusagen Kreuzberg und dieser Strecke gerecht zu werden. Ja. Und wir haben uns was ganz Tolles einfallen lassen, um das dann auch noch einmal als Song zu dem zu machen, was es ist, was du jetzt gleich hören wirst. Und ich finde, wir hören einfach direkt rein und dann sagst du, wie du es findest. Okay. Oh, ich bin so nervös. Huh! Geil. Fahrradklingel, Clown Du fährst los, ich spring auf Pressluft, Hammer im Regen Lachen um unser Leben Kann dir alles anvertrauen Und weißt du, pass darauf auf Es sind die Besten im Regen Und die Letzten am Tresen Wie damals bei OK Kid Zum ersten Mal begegnet Ob wir uns alles anfingen Ich schreis in die Nacht Für immer hell und da Egal was ist, was kommt oder was mal war Ich schreis in die Nacht Ich schreis in die Nacht Ich schreis in die Nacht Hab ich Angst, dass du wohnst Bist du da, ist alles gut Ich schreis in die Nacht Ich schreis in die Nacht Ich bleib mit dir wach Ich bleib mit dir wach Ich bleib mit dir wach, ich bleib mit dir wach, ich bleib mit dir wach. Oh mein Gott, richtig schön, die Letzten am Tresen, fand ich, hat sehr gut gepasst. War das ein Tränchen? Nein. Aber ich verstehe es, ich war auch noch mal sehr gerührt gerade. Ich habe hier gerade Zwiebeln geschnitten, ich weiß nicht, aber das hat, das ist voll schön, wirklich toll, ja das Klavier natürlich. Genau, aber sonst wirklich alles nur aus dem Song und wir haben uns auch ein bisschen verquatscht, das ist wahrscheinlich meine Schuld, weil ich immer Bock habe mit den Leuten ganz, ganz viel zu quatschen. Und Lea natürlich einen ganz interessanten, tollen Werdegang hat, mit der Musik von YouTube, in den Bars gespielt, die die Hootsessions gehabt, sich da quasi beweisen musste, immer wieder Mut fassen, neu rausgehen und dann zu dem Punkt, wo sie heute ist, was du ja noch viel besser weißt als ich. Und, genau. Aber richtig cool, auch die Ping-Pong-Bälle dieses Klicks, richtig cool. Voll Hammer! Hätte ich nicht gedacht, man erlebt ja so die Sounds ganz anders, wenn man sie so einsammelt. Am Ende dachte ich so, oh, haben wir einen Bass, hatten wir überhaupt eine Bassdrum, haben wir, also man, wir sind ja einfach so drauf losgelaufen. Und krass, was dann tatsächlich so, was ihr da rausnehmen konntet, finde ich echt beeindruckend. Toll, vielen Dank! Schön! Ja, genau. Und den Song, einmal so dieses Freundschaftliche und diesen Tag und auch die Gegend und dieses für euch beide wahrscheinlich Berlin kennenlernen und gemeinsam Sachen dort erleben. In die kurze Zeit, ich glaube, geschrieben haben wir die Lyrics in so 22 Minuten aufgenommen, in nochmal 15 oder so. Also, ja, das war auf jeden Fall mal wieder sportlich, aber richtig geil. Also, ich bin auch total wieder mal glücklicherweise sehr happy, dass wir das gemacht haben. Und ohne eure Grundlage, wie gesagt, wäre es nicht dazu gekommen. Ja. Deshalb vielen Dank, dass ihr Gäste wart, dass du eingeschaltet hast, Antje, und dir die Zeit genommen hast. Danke euch! Ich bin ganz gerührt, ich muss mir den gleich nochmal anhören. Ja, ich auch. Scheiße, die Nacht! Geil, ja, finde ich, da habe ich jetzt auf jeden Fall drei Wochen lang einen Ohrwurm von. Ja, typischer Lea-Song. Ach, schon wieder. Cool. Geil, ey, vielen lieben Dank. Danke dir. Und dann bis ganz bald mal wieder in live. Mua! Liebe Leute, ey, vielen Dank fürs Einschalten auch in diese Folge mit der, ich kann es nicht oft genug sagen, wundervollen, unfassbaren Lea. Für alle weiteren Folgen und das Soundpack zu dieser Folge, klickt hier unten in die dazugehörigen Links, abonniert Sounds Off, abonniert das Glöckchen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Nummer vier. Und für die Folge mit Nora klickt ihr hier und für die Folge mit Finn klickt ihr da. Ja? Okay. Okay. pneu. Sungeln. Vielen Dank.